Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Folge 7738, Freitag, 31. März 2023 Moritz hat schwere Vorwürfe an Yvonne. Emily hat ein Fitness-Date. Moritz bekommt von Yvonne nicht die erlösende Antwort und wirft ihr Doppelmoral vor. Umso dankbarer ist er für Louis' Unterstützung, während er sich um Laura kümmert. Um ihren Brüdern zu demonstrieren, wie fest ihr Band mit Sascha ist, lässt sich Emily zu einem Fitness-Date überreden. Ihre anfängliche Demotivation weicht sportlichem Ehrgeiz, als Konkurrenz aufs Laufband kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020